Vivaldi, ein Doppelachser und Sabrina Febinger. Grüß dich, Sabrina. Hallo Sven, hallo Sven. Was ist Vivaldi? Es gibt ja Puccini, es gibt ja Vivaldi, ist das drüber, drunter? Sehr musikalisch sind wir unterwegs, jawohl. Rossini, grau, sag ich jetzt mal das Mobiliar. Da Vinci, braun. Vivaldi, sehr hell, sehen wir gleich, und Puccini, nochmal etwas dunkleres Holz. Ach, das hat gar nichts mit der Klasse zu tun, oder was? Doch, das ist schon mit der Klasse. Rossini, Da Vinci, Vivaldi, Puccini. Puccini, Puccini ist das höchste, oder gibt es noch etwas drüber? Puccini ist das höchste in der Oberklasse, und dann gibt es noch eine Ober-Oberklasse, den Cellini. Cellini, genau, kann ich ja. Es gibt ja auch den Cellini Slide-Out, steht ja hier dieses Jahr? Ja, der steht hier. Zehn Jahre Dichtigkeitsgarantie. Warum braucht man denn eine Dichtigkeitsgarantie mit jährlicher Kontrolle, wenn das Produkt gut ist? Warum muss man jedes Jahr kommen? Beim Auto hast du einen Kilometerzeller dran. Beim Wohnwagen weißt du nicht, wie oft er bewegt wird. Und da er auf Holzständerwänden ja auch aufgebaut ist, viel bewegt wird, Spannungen auf das Gehäuse wirken, sollte man das prüfen lassen. So, wir sind ja in Deutschland. Das gute Hickstrenk, was ist das? Gfk-Dach. Glasfaser verstärkter Kunststoff. So, das High Strength heißt hohe Stärke. und das bedeutet, hier oben drauf ist Glasfaser. Ja, Hagelschlag, unempfindliches Dach. Ja, aber die Rückwand, wenn der von der Seite kommt, nicht gut, oder? Da schlägt es ein. Da schlägt es ein. Also ihr habt schon mal Hagelschäden, muss man sagen. Was wäre denn dein persönlicher Tipp? Es gibt ja Glattblech, gibt es beim Vivaldi auch das Riffelblech? Hammerschlagblech, ganz genau. Das gibt es bei dem auch, Serie auch. Und wenn du diese Option mit Glattblech haben möchtest, musst du einen Aufpreis dementsprechend mit einkalkulieren. Dann hast du auch die Seizfenster, die eingesetzten Fenster, wie die jetzt hier aufgeklappt sind. Und bei dem Hammerschlagblech hast du aufgesetzte Fenster. So, die Seizfenster, man kennt sie. Die sind sehr, sehr langlebig. Was sind da deine Tipps für die Bedienung, wenn man jetzt so ein Fenster hat? Wie kriegt man die am schnellsten kaputt? Wieso willst du die kaputt machen? Ich will die nicht kaputt machen, aber öfter mal. Man kann sie fehlbedienen. Es ist eigentlich total simpel, die wieder runter zu machen. Man darf sie bloß nicht schnell rauf und runter machen. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Du hörst das Knacken hier? Ja. Hörst du? Warte noch mal, warte mal. Ich will nur es mal. So gehen sie runter? Ja. Knack. So und das ist das. Also man macht sie beim Öffnen langsam auf und dann funktioniert. Wie mit einer schönen Frau, musst du ganz zart. Einen schönen Mann auch. Ach so. Auch zart. So. Was siehst du hier? Das ist für die Heizung. Die schaltet dann ab. So, ich nehme an, dass die Heizungsabgasöffnung hier ist und das wäre ein gefundenes Fressen, wenn das Fenster so ist. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, dann gehen alle Abgase schön in den Innenraum. Das ist ein Schutzschalter, das ist keine Alarmalage. Kein Schutzschalter. So, jetzt siehst du hier, dass ein kleines Fenster da ist. Die Küche gehen wir gleich mal rein. Dann haben wir hier ein ganz tolles Reifenset. Wie ist der Name von den Reifen? Äh, von den Felgen? Die Fessin 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Die gibt es in Kristall-Silber und in Tabat-Weiß-Glanzpoliert. Tabat-Weiß-Glanzpoliert. Eine Truma, ein Truma-Mover. Diesmal ein Vierkanal-Mover. Das heißt, du kannst den Doppelachser auf der Stelle drehen? Du solltest den nicht auf der Stelle drehen. Ich sage mal, der Wendekreis mit vier Motoren ist natürlich extrem gering, oder? Ja. Wie funktioniert das? Man hat eine Fernbedienung? Man hat eine Fernbedienung. Der Mover wird automatisch herangefahren, die Mover-Motoren. Du siehst ja hier die vier Stück. Brauchst du halt schon bei diesem Geschoss. Und dann kannst du ihn nachher wie ein ferngesteuertes Auto auf die Fläche bewegen, wo du ihn gern abstellen möchtest. Übrigens, das geht auch mit zwei Motoren beim Nachrüsten. Aber dann ist natürlich auch die Last am Berg ein Problem. Also es könnte sein, dass es dann Steigung. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich die Wendigkeit. Du musst öfter mal hin und her fahren. Das ist so. Ich hatte die mit zwei. Ich hätte mir danach einen mit vier gekauft, würde ich sagen. Ist so. Die Batterie ist ja dabei. Das heißt, er hat eine extra Batterie nur für den Mover. Wenn du das Paket, also dieses Auraunta-Paket, was Tabat anbietet, bestellst, hast du die 12-Volt-Mobilanlage und hast auch den Mover dementsprechend dafür mit drin. Du kannst aber die 12-Volt-Mobilanlage selbst einfach nur einbauen lassen und rüstest dir einen Mover später nach. So, Stützrad mit Radlastanzeige. So, das heißt, ihr habt eine Waage eingebaut? Ja. Die ist da drin. Die geht dann hoch und runde. 100 Kilo Stützlast. Also kannst du nicht mit jedem Auto ziehen, zumal das Ding wiegt ja auch ein bisschen was, oder? Da musst du dementsprechend aufpassen, was deine Anhängerkupplung für eine Stützlast hat. Und dann musst du den Wohnwagen hinten wie eine Waage plus minus beladen. Ja, bitte auch achten, Gesamtzuggewicht steht im Fahrzeugschein drin, des gesamten Zuges. 0102, sag ich schon. 0102, gucken also nicht nur die Anhängelast, sondern auch das Gesamtzuggewicht. Ganz viele Fahrzeuge kommen nicht mehr in Frage von neuen Fahrzeugen. Ihr leidet darunter. Also bei der Anschaffung des Fahrzeuges guckt, am besten euch anrufen. Ihr könnt da wirklich gute Auskünfte geben, was für ein neues Auto beschafft werden soll. Denn ganz viele neue Autos können gar nichts mehr. Die haben immer weniger Anhängelast. Korrekt, korrekt, ganz genau. Und dann haben wir halt manchmal oder der Kunde das Nachsehen, muss man sagen, weil er denkt, ich habe ein großes Auto gekauft. Und ich sage immer, dann kann er nur noch eine Schubkarre anhängen. GPS-Auto-System in Serie bedeutet, dass, ich sag mal so, diese Fahrzeuge hier, auch die Doppelachser, gehören zu den meist geklauten Fahrzeugen in Europa. Mit einer anderen Marke, Fendt, man kann es ja offen sagen, die auch gerne geklaut wird. Ja, ihr habt jetzt ein GPS-Auto-System eingebaut. Das zeigen wir jetzt mal nicht, wo es ist. Ja, es ist auch versteckt. Es kommt unterschiedlich von Modellreihe zu Modellreihe, immer irgendwo anders hin. Es ist aber, wenn man es sucht, ein Würde. Ihr würdet es finden, wenn ihr wolltet. Jein. Die haben es gut versteckt, oder? Die haben es gut versteckt, ja. Und das ist autark. Das heißt also, das hängt wahrscheinlich an der Spannungssaison irgendwie mit dran. Und es meldet zum Beispiel eine Erschütterung auf Wunsch, oder? Ja, jetzt neu für 2022 bietet die Firma Velocate. Das kann man ja sagen, da kann man sich ja dann dementsprechend kundig machen. Velo? Velocate. Velocate. Mit V. Velocate. Karte. Velocate. Also Locate und dann Velocate und GPS-Sensor. Und die bieten das an, sodass man dann sehen kann, wo in Europa sich der Wagen befindet. Du hast dann deinen Wohnwagen per App auf dem Handy, kannst einen Radius um dein Fahrzeug, wo du es abgestellt hast, drum herum legen. Würde er aus dem Radius sich rausbewegen, bekommst du eine Meldung auf dein Tablet, Handy, wie auch immer, wo du es geschaltet hast. Ja, das kenne ich von meinem Hund. Das ist so eine Art, nee, das ist so eine Art Range, wo der sich bewegen darf und ist er dann weg. Ja, dann gibt es eine Meldung. Riesengroße Aufbautür-Serie. Die hier ist Serie. Unterschied zum Puccini ist halt die Premium-Aufbautür. Das ist diese Tür hier mit Glattflasch, komplett versehen, durchgängig. Eine Option wäre hier, die hat halt Premium-Komfort-Aufbautür. Die hat dann hier oben ein Fenster. Die kostet dann halt Geld. Braucht das Fenster gar nicht, ehrlich. Das ist unterschiedlich. Der eine möchte es, der andere sagt, der hat hier im Fenster, sieht er sowieso, wer draußen steht, lasse ich ihn rein, lasse ich ihn draußen. Also Breite ist immer gefragt. Breite halt. Sag mal, ich habe den mal gesehen mit anderen Fenstern, die so von oben nach unten gehen. Gibt es sowas auch mit so dunklen Scheiben und so? Das ist die Scheibe, die einfach bei den Salzfenstern verbaut wird. Wiederum aufzuleiten zu unseren Franzosen. Die sind nochmal im Ton dunkler. Ihr habt also ein französisches Modell. Das unterscheidet sich in einigen Dingen, muss man sagen. Zum Beispiel keine Toilette auf Wunsch. Ja, korrekt. Das ist der Bellini zum Beispiel. Der hat auch so ein helles Holz jetzt toll und neu überarbeitet für 2022. Also wer dann unbedingt eine Toilette braucht, der hat dort einen sehr großen Komfort vom Raumvolumen her, von der Bewegung her. Wahnsinn. Also ein ganz anderer Grundriss. Am besten an dich wenden. Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich gehe sowieso aufs Klo am Campingplatz. Dann brauche ich keine Toilette. Es gibt auch einige, so wie ich, die hatten einen Porta-Potti dabei. Für alle Notfälle. Ja, für die Notdurft. Ja, es ging ja um den Sohn hauptsächlich. Ja, hier sieht man, man hat noch diskrete Schalter. Hier bei dem Fahrzeug drin. Das heißt, kein Bussystem beim Licht. So siehst du. Dann mal wieder hier, man hat an nichts gespart. Echtleder habt ihr hier verbaut. Und eine Besonderheit, ich schwenke mal gerade hier rum. Sabrina ist natürlich das Wichtigste aller Zeiten. Das ist der Kühlschrank, der von außen zu öffnen ist. Von der Vorzeltseite. Männer, das Bier. Frauen, den Sekt. So, einmal von da. Das heißt, du kommst rein mit deinen sandigen Schuhen am Marina de Venezia. Kannst du dann... Ja, den hast du gedreht, gell? Den hab ich gedreht. Hast du gesehen den Film? Ja, hab ich gesehen. Drei Stunden am Stück. Das musst du erst mal hinkriegen. Ja, ja. Das war mir auch zu lang. Das war dann zweimal. Ja, man kann ja spulen. Ja, das ist ja... So, und jetzt kommt das, was du gesagt hast. Das helle Holz hier. Das ist ein richtiger Schlager. Denn das ist, glaube ich, das hellste Holz. Danach kommt ja nur noch Weiß. Ja, was ich je gesehen habe. Was hat der Ton für einen Namen, das Holz? Das ist, wie ich dir eben erwähnt habe, schon unsere musikalische Reihe. Das ist der Vivaldi. Gut. Also der Vivaldi hat immer dieses Holz. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ist schon schick, muss ich sagen. Wenn man das jetzt sieht. Ein unglaublich helles Design. Auch edel. Glanzfunktion, ja. Glanzfunktion. Auch edel. Mit dem Weiß. Da hat man so ein bisschen das Farbenspiel hier mit drin. Dass du also hier, ich sag mal, weiße Flächen hast. Mit jeweils Kacheln dabei. Die Ecke auch in weiß angehauen. Das wirkt gar nicht mehr so wie ein Wohnwagen. Es wirkt eher wie so ein kleines Loft, oder? Ja, das ist richtig. So hat manch einer zu Hause eine Küche oder sonst was. Es gibt ja auch verschiedene Modelle im Vivaldi. Dann mit Winkelküche und sowas. Also das. So, dann hast du oben Hochglanz. Plackiert natürlich die Klappe. Das ist auch schick. Viel Stauraum. Dann auf Wunsch, hast du mir gesagt, man kann auch diese Platte komplett durchgehend haben mit den, ich sag mal, Einbaugeräten extra. Das ist modellreihenabhängig. Ja, das geht nicht bei allem. Also, das muss man halt auf Anfrage stellen. Und dann sagt Herbert ja oder nein. So, nochmal soft close. Einmal zeigen. Jetzt muss man sagen, die Schubladen sind leer. Es geht trotzdem. Das ist beeindruckend. Das geht normal nicht bei vielen. Die laufen aber echt gut. Unten halt eine Klappe. So, für schwere Sachen. Das heißt, die kann man richtig schwere Sachen reinstellen. Dosen und so weiter. Du hast natürlich nur hier ist nochmal ein Absatz, weil du jetzt direkt dann hier nachher auf dem Radkasten und so weiter kommst und Technik verbaut bist. Habt ihr jetzt verkleidet? Jetzt verkleidet. War bei mir nicht. War so der damals. So, toll. Verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Modellen auch mit Apothekerschrank zu bekommen und so weiter. Also nochmal zum Mitschreiben. Das ist jetzt hier alles fix. Das heißt, die Farbe von dieser Arbeitsplatte ist fix. Die kann ich nicht verändern. Was ich verändern kann, ist hier die Möbelfarbe, oder? Also hier von der Polster. Polsterfarbe kannst du verändern. Genau. Aber hier der Tisch, der hat dieses Design. Richtig, genau. So, da habt ihr die Auswahl zwischen dem und dem. Dem Tisch und dem Stuhl, oder? Nein, zwischen diesem Muster und diesem Muster, richtig? Diesem Muster und diesem Muster, das Muster. Das Muster, okay. Ist auch das Holz, ist es diese Klappe, korrekt? Ja, korrekt. Okay, also es gibt quasi da keine Wahlmöglichkeit. Dafür hast du aber die Wahlmöglichkeit zwischen den Modellen. Da hast du dann jeweils anderes Holz, der Puccini hat ein anderes. Grundrisse, dann in dem Rossini, also grundrissabhängig. Kannst du raussuchen, ob dir da ein Grundriss gefällt und das Mobiliar dazu. Dann kannst du in dem Da Vinci schauen, in dem Vivaldi und in dem Puccini. Aber wir haben ja schon ein bisschen was zusammen gemacht. So langsam dürfen wir sie alle zusammen haben. Kann jeder. Ja, damit man mal gucken kann. Ja, wir drehen morgen auch nochmal. Also wir werden es heute nicht alles packen, aber dann zeigen wir das schon mal. Das sind Stauklappen, die da sind und der hier hat ein Jena-Zaun-System. Kleines Detail noch, das gucken wir uns gleich mal an. Wenn du mal gerade den Zapfufer schon mal frei legst, dass wir das mal zeigen, weil das ist ein ganz tolles System. Achso, wenn der hier drin verbaut ist. Wir hatten eben einen Sachen mal was gesehen gehabt. Ja, weil ich befürchte, es könnte einer drin sein. Wir gucken mal gerade, weil die, ne, ist keiner drin. Eben an der Stelle war ein Zapfufer mit drin. Ist aber auch neu mit dem Soundsystem, dass man das jetzt so toll haben kann, oder? Viele, viele Aufpreissachen. Das muss man in der Preisliste dann entscheiden, ob die Leute es brauchen oder nicht. Da muss man sich auch im Tabat-Konfigurator, der ist jetzt auch ganz toll gemacht für die Kunden, da können die sich auch zu Hause in Ruhe mal hinsetzen, ein bisschen durchkalkulieren und uns das zukommen lassen, wenn sie da selber tätig werden wollen. Und dann machen wir den Preis. Okay, klasse. Ja, das ist hier drin. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Es geht weiter. Hier vorne habe ich einen kleinen Schrank. Können wir mal öffnen. Bin mal sehr gespannt, was da drin. Oh, ein kleiner Kleiderschrank. Kann man auch nicht genug haben. Wieder mal ein Zwei-Personen-Grundriss mit Notbett vorne. Das kann man ja dann auch verstellen. Stark ist auch bei Tabat, du hast eine Sitzflächenvergrößerung. Also wenn man sehr, sehr, ich sage mal Leute hat, die etwas mehr Platz brauchen, dann kann man hier diese Sitzfläche verlängern. Wie funktioniert das? Was heißt, wie willst du die verlängern? Die ist halt einfach eine Verlängerung schon vom Aufbau her. In Serie. Nicht in Optionen wählen. Das ist auch wieder modellabhängig. Ich hatte das früher so, da konnte man das Polster ein bisschen tiefer machen und das andere nach vorne. Das gibt es nicht mehr. Okay. Wenn dich mal reinsetzt. Zeig mal gerade. Du bist 1,67 Meter. 1,67 Meter. Ach, die Lümmel-Position. Ja, das ist man so. Ab und zu darf ich auf der Messe dann mich lümmeln und zeigen, dass wir vom Campingplatz kommen. Gut, du hast Hallenschuhe an, muss man fairerweise sagen. Das ist hier. Dann lauft ihr den ganzen Tag über Teppich, der jeden Tag, glaube ich, von Hunderten von Leuten gesaugt wird. Ja, das ist schon hier. Das ist schon eine gute Messe, muss man sagen. Also es ist ja schwierig, in den heutigen Bedingungen so eine Messe da zu machen. Aber die Messe Düsseldorf macht das gut, oder? Wir sind gut versorgt und haben ein tolles Team, was da uns betreut. Einmal frei. So, warum sitze ich hier? Kann ich euch sagen. Denn wir filmen mal gerade in dieses ganz tolle Fahrzeug rein. Man hat eine unglaublich tolle Blickachse nach hinten. Das heißt, also wenn man jetzt mal hier sitzt, 2,50 Meter Aufbaubreite. Du brauchst keinen Slide-Out hier, oder? Nee. Raumvolumen siehst du ja auch. Wir können wirklich in einen tollen, offenen Raum schauen. Sind hell unterwegs, haben das Fenster. Können hier rausschauen. Großes Kino. So, komm, wir gehen mal rein. Rechts hast du so eine Schrankwand. Das ist witzig hier. Der Schrank hat nämlich eine automatische Lichtsteuerung, wenn er aufgeht. Die blinkt jetzt gerade schon. Die blinkt jetzt ein bisschen, wenn wir so hin und her wackeln, siehst du? Ist also nicht kaputt, sondern da vorne ist ein Schalter drin. So, und hier siehst du einige Extras, unter anderem die SAT-Anlage, die hier ist da drin. Hier ist auch noch eine Feature-Box von Tenhardt mit drin. Das heißt, SAT-Schüssel ist hier drin, Fernseher ist drin. Auch da wahlweise die Größe. Das war die Größe dementsprechend ist der 21 Zoll, der verschwindet hier drin. Hättest du den 32 Zoll, würde der hier halt im Raumvolumen aufsitzen. Okay, verstehe. Hier keine Fächer. Keine Fächer, fest. Weil der Kühlschrank hier hinten dran sitzt, dass die Verkleidung vom Kühlschrank sitzt. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso sind da keine Fächer, wenn der Kühlschrank dahinter ist? Ey, wo soll denn der Kühlschrank jetzt hier hin? Jetzt habe ich verstanden. Der Kühlschrank ist so breit. Noch Spaß. Also, ich zeige es nochmal. Da ist nämlich der Kühlschrank. Das ist man nicht gewohnt. Also der Kühlschrank ist an der Stelle, der muss ja irgendwo hin. Und deswegen ist das hier zu. Haben sie aber gut gemacht mit dem Weiß und dem Holz, oder? Ist doch gut. Ja, finde ich auch. So, der hat jetzt ein Autark-Paket, der hier? Der hat ein Autark. Klemm ich auf. Der hat ja unten drunter den Mover eben gehabt. Also wir haben die 12-Volt-Mobilanlage hier drin. Deine Pumpen, dein Licht und alles funktioniert, während du vielleicht irgendwo auf einer Autobahn eine Rast einlegen willst, über Nacht schlafen. Hast wie ich immer das Glück, dass du genau neben einem Frico-Lkw stehst. Wir haben neben dem Frico bedeutet, der hat schön die Kühlanlage laufen. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Aber man sollte eh nicht empfehlen, auf einem Autobahn-Rastplatz eine Rast zu machen. Da habe ich schon natürlich wilde Sachen gehört. Das könnte passieren. Am besten einen Stellplatz aussuchen, nur einen Kämikplatz. Das ist immer wichtig, aber ab und zu kommst du ja nicht drumherum. Also ich mache das auch so. Du machst das so. Bist du hart? Also ich würde mich das nicht trauen. Wenn, was man alles so hört, halb so wild, sagst du. Gut, wir gucken mal rein. Da ist das Klo, sehr kinderfreundlich, auch von der Höhe. Das Klo finde ich ziemlich cool, wenn ich mal kurz drauf setze. Das haben wir so nett. Und Beinfreiheit. Metall vor Toilettenbahn, du siehst, hier feste Bahn. Ja. Nicht zum Drehen, wie wir eben in den Fahrzeugen drin waren. Ja, brauchen wir auch nicht. Ich mag ja den Platz, oder? Ja, angenehm. So, dann hast du hier oben, hast du einen Spiegel mit drin. Schön hinterleuchtet hier. Ist das schon eher so, ich sag mal so, die freundliche Familienversion. Ist der ein bisschen günstiger wie der Puccini, der hier? Der Vivaldi? Der Puccini und der Vivaldi, je nachdem, wie du sie auslegst, kannst du auch von bis variieren. Von bis? Ja. Geht alles. Familienmodell aber in Vivaldi auch zu erhalten, davon mal abgesehen. Familienmodell Stockbetten? Ja, korrekt. Genau. Und das Bett ist dann wo? Das Bett hast du dementsprechend zwei Einzelbetten sogar. Mit einer Rollbettfunktion, große Liegefläche. Das gibt es als Vivaldi. Ist es hier auf der Messe eigentlich? Sollte hier stehen. Sollte hier stehen. Dann können wir uns da gleich mal die Sache anschauen. Wenn du mal so nett bist, gehen wir durch. Dann ein Queensbett. Das ist für mich ganz ehrlich das schönste Bett, was es gibt, weil es an beiden Seiten nochmal zwei Kleiderschränke hat und es fühlt sich an wie zu Hause. Gut, zu Hause habe ich es nicht ganz so eng in meinem Schlafzimmer, aber es ist so ein Bett, da kannst du an der Seite einsteigen. Man kann auch mal Pipi machen nachts, ohne den anderen zu stören. Gut, meine Frau wacht eh immer auf, muss ich sagen. Egal, wenn ich nur ein bisschen wackele. Leichter Schlafzimmer. Zwei große Kleiderschränke auf beiden Seiten. Leselampen sind mit drin. Ja, und an den Leseräuschen USB-Anschlüsse. USB-Anschlüsse fürs Handy, dass du das siehst. Also wenn du eine Ablade kannst du deinen... So, und dann kann man hier hochklappen. Jawohl. An der Seite. Da ist jetzt nochmal Teller, die drauf sind. Und ja, es gibt eine spezielle Matratze mit Gelauflage. Hat die das? Jawohl, hier. Die hat das. Die Water-Gelauflage. Die Water-Gelauflage. Bitte kaufen. Ist ein bisschen teurer, ist aber ein großes Kino, muss man sagen. Also ich persönlich habe es immer mitgekauft. Also es ist so ein thermo-elastisches Gel, was oben drauf ist, was wirklich den Schlafkomfort nochmal erheblich erhöht. Bitte einmal hochklappen. Denn das ist natürlich das große Raum. Wunder von der Seite auch zu beladen, hat der Klappen. Da eine Klappe auf der rechten Seite jetzt von uns gesehen, dass du da hinten was drunter rein und raus nehmen kannst. Jawohl. Also hier kann man auch leichte Sachen drunter machen, wie Gartenmöbel, Campingmöbel meine ich und so weiter. Und ja, toll. Der Puccini spielt eine große Rolle bei euch? Der Puccini oder der Vivaldi? Der Vivaldi hier. Eine große Rolle, gerade auf der Tandem-Achse irgendwo. Ja, hier stelle ich mich vielleicht auch mal rein, dass man das sieht, weil das Bad halt auf der Seite am Radkasten liegt. Dann sieht man das auch noch. Das Licht vom Bad, wo ist das? Das Licht vom Bad wird außen abgeschaltet. Außen, wo denn? Weil du darfst ja hier in der Elektronik, da darf ja in dem Bad keine Elektronik sein. So, das hat ein Magnet. Feste Duschtür. Ist auch nicht mehr so wie früher, dass die so irgendwie eingefasst war, sondern du hast viel mehr Platz. Ja, aber das muss man halt bedenken. Siehst du hier? Achso, da der. Zeig mal bitte, wenn du mal aufmachst. Da ist der Radkasten, gell? An der Seite. Das ist halt hier. So. Das ist der Radkasten unten drin. So, Dusche ist mit drin. Toll. Hier oben hast du dann noch so ein Handtuchhalter. Ja. Ich sag immer Bademoden. Mal testen. Ha! Weißt du, was die gemacht haben? Tatsch. Nee, die haben ein LED eingebaut. Da kann nichts passieren. Eben, weil wie gesagt, du musst normal sonst von außen halt anschalten. Hast du das Gimmick gefunden? Ich bin halt Spielkind. Ja, ist doch gut. Du probierst alles aus und weißt, was dahinter ist. Mach mal zu, bitte. Das ist für die Vereinzelung. Das heißt, wenn du, ne, ich meinte eigentlich die, die Schiebetür. Klare, deutliche Ansagen. Bitte die Schiebetür schließen. Ja? Dann heißt es immer Männer sind so. Klare, deutliche Ansagen. Mach mal zu, bitte. Toll. Sabrina, bitte nochmal öffnen. Diese Tür. Die Schiebetür. Damit sind wir schon. Also Blickachse, glaube ich, echt gelungen. Du kannst also von einem ganz großen Raum hier sprechen. Wir sind aber auch auf einem großen Anhänger. Denn, ich sag mal, der hat natürlich schon seine Größe, die Länge. Du hast natürlich dein Prospekt jetzt nicht dabei, aber das ist nicht so schlimm. Deswegen, die Zahl, die immer mit dabei ist, das hier ist jetzt der 685, das heißt, der ist ungefähr acht Meter über alles. Ja, neun Meter, so viel haben wir ja schon irgendwas geguckt mit der Deichsel, dann Aufbau 690. Lass mal nachgucken. Ich schreibe es nochmal in die Beschreibung mit rein, also die genauen Maße. Ihr habt es ja erwähnt, der Konfigurator auf Tabard, ganz neu. Ja. Ist der gut geworden? Der ist gut geworden. Der ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn man nicht unbedingt jetzt sich irgendwo in Corona-Zeit da auch irgendwo hinsetzen möchte. Ja, kommt zu uns. Wie gesagt, seid ihr gerne gesehen. Ansonsten kann man es zu Hause mit der Familie vorkonfigurieren. Dann gibt es einen Barcode. Was heißt Barcode? So ein Code. Ein Code, ja. Den könnt ihr uns schicken. Und dementsprechend haben wir alles vorliegen. Dann sagen wir euch, braucht er, braucht er nicht oder was wollt ihr machen. Und dann machen wir euch ein Angebot. So, die Fliegenschutztür. Und dazu natürlich passend die kleine... Hier ist eine zusätzliche Surfensklappe eingebaut. Das muss man vielleicht den Leuten auch nochmal erwähnen. Du hast ja die unten aus dem, unterm Bett, in Serie. Und die hier kannst du als Zusatz nehmen, wenn du noch von außen vom Vorzelt her was einladen möchtest, wie Milchkästen oder was, was, was also reinpasst. Optional ist es. Genau, dann kommst du halt von außen dran. Du musst nicht unter die Rundsitzgruppe. Gott, da steht er, Vivaldi. Ja, ist nicht ganz günstig, muss man sagen. Aber die Leute, die ja sowas kaufen, geht los bei 36.390. Da ist er nackt. Und wie er hier steht, 54 Kilo. Ist natürlich schon hier nicht der schlecht ausgestattete, den sie geholt haben, oder? Ja, genau. Man möchte ja zeigen, was man hat. Das ist der Grundriss von oben. Also hier das Queensbett. Und das ist jetzt der Grundriss, Familiengrundriss, oder? Ne, achso, umgebaut zur Sitzbahn, zur Schlaf. Nacht, Nachtansicht, genau. Schlafcouch. Schlaf und Nacht, dass man mal sieht, großes Bett auch möglich. Das ist ja das Queensbett, wo wir eben gestanden haben. Und ich sage immer, zögert nicht, uns anzusprechen. Und habt keine Scheu auch vortappert. Viele Leute laufen über die Messe, sehen die großen Preise und, und, und. Klar möchte man auf der Messe zeigen, was man alles bieten kann und was man alles hat. Und es gibt halt Leute, die sagen, das braucht man oder man braucht es nicht. Zur Messe jetzt hin, würden wir die Klimaanlage favorisieren. Das, denke ich, wenn man südliche Länder fährt, sollte man nochmal mit erwähnt haben. Im Moment Messe-Gimmick halt. Druma Klimaanlage 990. Dometic Klimaanlage 890. 890. Was ist dein Tipp, Druma, Dometic? Das muss jeder selber entscheiden. Das ist, wenn man sich mal orientiert, von der Gewährleistung her. Was denn jetzt? Tee, Tee. Truma. Truma. Gott. So ist es. Ja, ihr seid der größte Doppelachser-Wohnwagen-Tabat-Händler der Welt. Ist gar nicht so schwer. Europa sagen die immer. Europas, ja gut, es gibt ja ansonsten Tabat nicht so stark. Ja, so ist es. Und das macht ihr schon ewig. Ihr habt spezielle Zielgruppen, die Doppelachser gerne kaufen, Tandemachser. Und das zahlt sich aus. Das Ganze macht ihr nicht erst seit gestern. Und ihr seid in Idar-Oberstein. In Idar-Oberstein, in der schönen Schmuckstadt. Kann man Urlaub mit verbinden, wenn man den Wohnwagen abholen kommt. Kann man bei uns auf dem Platz übernachten. Und wir stehen euch Rede und Antwort und sind noch vor Ort, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht. So, Unternehmen heißt AMC Schmidt mit Doppel-T. Einfach mal googeln, Wohnwagen Idar-Oberstein oder Tabat Idar-Oberstein. Oder manchmal langt sogar schon überhaupt mal Tabat Doppelachser oder so. Dann kommt ihr schon. Aber ansonsten einfach eingeben. Du bist die Geschäftsführerin. Jawohl. Hast du gut gemacht. Das wievielte Video ist jetzt, was wir gedreht haben? Kannst du gar nicht mehr erzählen. Wir haben ein paar Stücke gemacht, genau, wir zwei. Tschüss, Sabrina.